oder ein herz quack und willkommen liebe freunde zur nächsten runde shakes and fidget ja wir sind hier mittlerweile wir müssen ja mal schauen denn wir haben abend gemacht und die sieht schon level 16 das geht auch wenn nur langsam aber es geht voran ja und wir gucken uns gerade einmal unseren charakter an was ich da getan hat wir haben natürlich noch zu weihnachten oder nach weihnachten noch die weihnachtsmütze des bestrafers auf haben wir neues hemd haben wir handschuhe berberber ein relativ cooles starb finde ich ja wir haben auch 86 damage für mein level glaube ich ganz okay so und ja auch hier bei den werten konnte man natürlich ordentlich pushen allein über die feiertage gab es ja hier alle boni auf einen schlag sozusagen das heißt mehr geld mehr pilze mehr epische gegenstände mehr erfahrung und all das ganze zeug leider waren wir über die feiertage nicht draußen das heißt ich konnte es kaum ausnutzen aber ein bisschen ging und deswegen konnte ich auch ein bisschen so die ganzen stats boosten haben jetzt trotzdem wieder 105 gold wir gucken hier gerade einmal warte wir machen hier einmal einen arena kampf warum haben die alle so viel leben ja der wird uns trotzdem von seinem schaden her plappen ja wow da hätten wir mal kritten können naja passiert was er war wir merken manchmal ja da sehen wir schon davor ist eigentlich nicht wirklich was drin aber ich wollte natürlich trotzdem die arena zu zeigen gehen ja man die tavern und schau mal was wir für abenteuer haben und vorstellbar 33 10 minuten die acht gold und fünf ok das natürlich scheiß aufs gold hier das gibt fast doppelt so viel erfahrung nehmen natürlich an ihr zehn minuten 30 und währenddessen gehen wir einmal den waffenladen und schauen mal was der kollege heute so im angebot hat scheißdreck das finde ich nicht so cool wir gehen in den zauberladen und gucken ob das dort auch so duster aussieht auch wir haben hier wieder den geilen drang 15 fucking pilz ist es dein ernst ausdauer könnten wir boosten ein bisschen der hat überhaupt keine ausdauer und nur zwei intelligenz mehr sieben stärke ist ja sowieso mehr oder weniger uninteressant der leider nichts was wir was wir brauchen das ist sehr schade wir nehmen wir einmal den trank den trinken auch der rings käse das heißt wir nehmen einfach noch einen trank das teil hat wirklich nur glück das sechs pilze dein ernst hallo was da los wir gehen hier einmal spin to win am rad drehen ja das tun wir was kriegen wir raus schade ich hab gedacht wir kriegen jetzt vielleicht pilze aus aber ein bisschen gold naja ist ja auch nicht allzu verkehrt wir gehen hier einmal nicht auf charakter sondern auf nachrichten denn in der zwischenzeit kamen ein paar und ähm ja gildeneinladung gildeneinladung brp 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 burp brp brp ähm, weiß ich noch nicht, ich glaube eigentlich nicht, dass ich eine Gilde aufmach ich muss nur endlich einfach mal die anderen Boys und Girls fragen, ob die mich in irgendeine Gilde aufnehmen, ob sie sich da erbarmen hab auch gesagt bekommen warte, ich glaube, das war ja auch hier irgendwo drin äh genau, hier war wieder hier so ein Dokument mit Tipps, aber das ja, ist mir zu, zu deep shit ähm, aber hier, du könntest dich ja mit Magmainis zusammenquatschen und fragen ob du vielleicht in eine der Wing-Gilden, beziehungsweise in die Haupt-Gilde joinen kannst, das ist halt den einfachen Grund dass du 100% an Boni von Gold und Erfahrung bekommst, beziehungsweise in den Wing-Gilden da die noch nicht so ein hohes Level sind, äh, ist das äh, in etwa die Hälfte, hat er gesagt, danke für den Tipp auf jeden Fall, Teufelmann, ähm, sollte ich auf jeden Fall mal tun, denn 100% mehr, das ist ja alles dann doppelt so schnell und du hast bei der Bay einen ziemlich geilen Wischmopp, Nasser Wischmopp des Hausmeisters wow, das Ding ist sick, was für ein Level, bist du 168, Junge, übertreib halt was los bei dir, aber Nasser Wischmopp, das find ich natürlich sehr geil ja, der hat die Nikolaus-Handschuhe, das äh, krass, ey, der hat hier fettes, das Gier am Start den Sack, Sackpräsente hier Sack des Weihnachtsmanns krass, ey, nice heftig, ey, was man da so später alles für, für Zeug haben kann ähm, ja auf jeden Fall musste ich das wirklich schon mal machen äh, zu, zu, äh zu dem, äh, wir haben ja heute Sonntag, ja, das heißt, äh, Woche wieder am Ende, oder, äh, vorbei und, ähm, ähm, ja ich hoffe, eure Woche war schön gewesen, auf jeden Fall, ähm morgen kommt ein Video ja, das nächste Timelapse-Video von, äh, in Hurt World und wir gehen es tatsächlich an, dass wir die Stadt bauen, ja, das heißt, wir wollen hier tatsächlich, ich glaube, wir fangen mit der Kirche wahrscheinlich an ja, Video haben wir noch nicht gemacht nehmen wir nachher noch auf also, mit wir meine ich wieder Raced und mich und dass wir wahrscheinlich mit der Kirche anfangen, je nachdem wie umfangreich die wird, werden wir die auch eventuell über mehrere Parts machen weil, ähm, euer Feedback war ja auch dass, äh, das zweite Zeitraffer-Video einfach ein bisschen angenehmer war denn da hatte ich den Speed nicht auf 1000%, sondern auf 800% gestellt, das heißt zwar deutlich schneller, aber nicht ganz so schnell, dass es nicht so mega hektisch ist okay, ich meine, bei dem ersten haben wir auch viel Böden gesetzt viel mit schnell nach links und rechts gucken, das war halt schon so ein bisschen gefährlich für die Epileptiker da draußen, ne, aber, ähm war, wie gesagt, auch das erste Timelapse-Video, was ich gemacht habe von daher, äh, bin auf jeden Fall sehr dankbar für euer Feedback und, äh, auch dass das zweite dann einfach besser ankam deswegen will ich auch hier die 800% Speed beibehalten denn da gibt es gut Fortschritt man kann es aber auch noch gut angucken und, ähm, wie gesagt Kirche, wahrscheinlich als erstes denke ich schon das Gebäude wo mir am schnellsten was zu einfallen würde, wie man das bauen könnte in wie vielen Parts, äh, oder ob es vielleicht auch in einem Video ist das werdet ihr dann einfach sehen da auf jeden Fall, äh, wäre ich euch dankbar, wenn ihr da reinschauen würdet, auch das mit der Musik habe ich mir zum Herzen genommen oder werde ich mir zum Herzen nehmen, ja, das, äh, dann hier Dubstep mitgesang, ohnegesang, bla bla bla, ist nicht jedem seins, ja, ich weiß, aber den Musikgeschmack von allen zu treffen ist immer so schwierig, ja, aber da wir hier eine Kirche bauen will ich vielleicht versuchen, so ein bisschen die ersten Folgen so ein bisschen was ruhigeres so in Richtung epische Musik nehmen, ja, was einfach so ein bisschen entspannt ist und, äh, je, je eher die Kirche zu erkennen ist, also vielleicht, ja, im zweiten Part, wenn wir dann nur zwei Parts machen oder im dritten, falls es zwei Parts gibt, dann wirklich so richtig epische Musik dass man merkt hier, Kathedrale und da wird es richtig, ne, wisst ihr, wisst ihr Bescheid werdet ihr, falls ihr es nicht versteht, was ich gerade meine, äh, dann natürlich im Video sehen und, ähm, ihr schenkt es Fidget, nach wie vor, ich bedanke mich für eure ganzen Antworten, ja, auch in den Kommentaren, wenn ich irgendwie Fragen hatte, wurden die entweder unter den Kommentaren oder mich hatten Leute, die mich in Steam haben, ja, auch direkt in Steam angeschrieben und gesagt, hier, so und so, äh, funktioniert es da und, äh, danke schön an der Stelle, ja, weil, äh, ja, ich bin echt noch nicht so in der Materie drin, bin auch sehr, sehr spät erst zu Shakespeare dazugestoßen, muss man, äh, an der Stelle mal sagen und hab mich auch davor wirklich nicht mit dem Game befasst, aber ich bin froh, dass ich wirklich die Möglichkeit hier für das Product Basement bekommen hab, ist es natürlich nach wie vor, erwähne ich jedes Mal, seht ihr auch unten links in der Beschreibung, das heißt, ich krieg ein bisschen was dafür, dass ich hier die Shakespeare-Videos bringe, ähm, aber auch mit den anderen hab ich so, mit Darlow hab ich mal geschrieben, der hat auch gesagt, ey, Shakespeare macht echt mega Laune so nebenbei, der ist ja mittlerweile auch Level 40 oder so was schon, ich weiß es nicht und, äh, bin mal gespannt, ob, wenn ich, äh, einfach mal dran denke, die anderen anzuhauen, wie es aussieht mit Gilde und bla bla bla, ähm, was wir da so zusammenreißen könnten und Shakespeare macht auf jeden Fall mega Laune, ist meine Freundin nach wie vor auch noch dran, ich bin dran und ihr, zumindest ein Teil von euch auch, wie ich, äh, gemerkt hab, wir sind jetzt immer noch bei vier Minuten zehn, ja, das heißt, du bist gerade auf Reisen und solltest keine Zeit in Wirtshäuser anfangen, wow, dankeschön, ja, genau, zieh doch noch deine Augenbrauen hoch, du Penner, was können wir dir, bei dir machen, bei dir können wir ein Tüchenspiel machen, hm, bei meinem Glück kommt da nichts raus, aber wir machen hier einfach mal setzen, okay, da ist die Kugel, wow, das ist ja einfach nur Glück, das ist der Käse, bei so Dingern, die rein auf Glück basieren, hab ich einfach kein Glück, der kriegt, ich könnte es 20 Mal machen und verliere, das find ich kacke, ich hab gehofft, dass da wirklich das Hütchenspiel kommt, weil da bin ich eigentlich gut drin, egal wie schnell das ist, ich folg den Bechern, das ist, ne, blinkes Auge und so, ja, schade, aber, na, gut zu wissen, auf jeden Fall hier, Boni-Wochenende natürlich vorbei, hier wurde ein bisschen gehaust, ein bisschen verwüstet, das Ganze, hier geht's hoch zum WC, was, hier geht's zum stillen Hörtchen, das vor allem deshalb so still ist, in letzter Zeit, weil irgendjemand den verdammten Schlüssel verbummelt hat, schon ärgerlich, zumal man diesem Abort ja ganz besondere magische Eigenschaften nachsagt, aber so eine verschlossene Klotüre, die hat schon viele bärenstarke, schwer bewaffnete Abendeure aufgehalten, ja, das, äh, ne, so ganz, die, die Kraft und Power bündeln, die man hat, wenn's, wenn die Blase drückt, ist halt auch schwierig, äh, was haben wir auf jeden Fall noch, wir haben natürlich hier nach wie vor noch unseren Raptor am Start, für doch, ich weiß gar nicht wie lange, ich find's auch cool, dass der einfach nur ein Pilz und zehn Gold, also der ist echt, den kann man durchaus mal gönnen, hier finden wir einen Pilz, ist natürlich, das ist natürlich schwierig, ja, ähm, verlängern könnten wir den, ja, aber brauchen wir noch nicht, der ist noch ein bisschen da, die Ehrenhalle, äh, Dungeons, genau, Dungeons, da wollte ich mal zeigen, bin ich hier bei Stufe, oder bei Etage sechs, die Toten sind erstaunlich lebendig, aber die Banshee, die gibt mir ordentlich noch ne Schelle, das heißt, ähm, okay, ich hab's jetzt schon ein bisschen nicht, äh, schon ein paar Tage nicht mehr ausprobiert, aber, äh, auch meine Stats in der Zeit nicht so geboostet, dass ich jetzt glaube, dass, äh, ich die da wegknallen würde, das heißt, äh, da brauchen wir noch ein bisschen besseres Gier, ein bisschen unsere, äh, Fähigkeiten boosten, und dann können wir hier auch eventuell bald, äh, die, den ersten Dungeon abschließen, was wir da kriegen, weiß ich nicht, und wenn ihr Bock habt, mich zu spoilern, dann könnt ihr mich da auch gerne spoilern und mir einfach sagen, was passiert, wenn man denn so ein Dungeon abgeschlossen hat, ja, wäre ich, äh, auch dankbar für, natürlich für, für, für einfach jede Info, die mich hier so ein bisschen weiterbringt, wir haben jetzt noch eine Minute 35, dann ist die Wertstoffsammlung abgeschlossen, mal gucken, was für wertvolle Stoffe wir denn da überhaupt gesammelt haben, ich muss hier gerade mal einen Schluck trinken, sonst ertrocknet mein Hals, das ist nicht so cool, ein Kluck, 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 so, sorry, professionell wieder hier, einmal mit Profis, bitte, ähm, ja, auch in CSGO habt ihr gemerkt, kam jetzt das ein oder andere Video mit Jeff, also dem Hynynye, zusammen, und, äh, sehr, sehr witziger, sehr korrekt, der Dude mit dem abends, nachts, äh, öfters jetzt mal die eine oder andere Runde zusammenzockt, auch über den Tag abends mal, äh, mit dem Schreib, und, ähm, ja, finde ich sehr cool, dass wir über ihn auch beispielsweise mal mit Mojo zusammengezockt haben, das war im, im Stream bei Dalu, oder Dalu, äh, auch beispielsweise schon mit ihm und, äh, Tweeday, also Kevin, zusammengezockt haben, äh, von, von NRP hier, äh, gedöhnt, und, ähm, ist super geil, dass wir da auch jetzt hier schon zum Start von 2016 direkt auch an andere große internationale und auch andere große deutsche Leute rankommt und neue Leute im Counter-Strike-Bereich kennenlernt, gerade auch, weil, ihr wisst ja bestimmt, hier dieses Jahr gibt's auch ein paar Events, äh, Counter-Strike bezüglich, wo wir auch, äh, zum Teil vertreten sind, und wenn man dann einfach die Leute, die dort auch kommen und, äh, YouTube betreiben, schon so ein bisschen kennt, mit denen ein bisschen gequatscht hat, äh, gezockt hat, das ist natürlich sehr, sehr geil. Wir haben jetzt hier gerade noch 13, äh, 12, 11, 10 Sekunden, ja, die zähle ich nicht runter, das erspare ich euch, ja, aber, ähm, ich würde mich natürlich hier über eine Bewertung wieder freuen, wenn es euch gefallen hat und ihr nach wie vor Interesse an Shakes und Fitches habt, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben, ja, schreibt es mir in die Kommentare, wie gesagt, Fragen auch gerne beantworten oder falls ihr welche habt, einfach stellen, einfach raushauen und den haben wir aber ordentlich zum Schluss weggekrittet und wir haben einen Pilz gefunden, finde ich nice, finde ich cool. Was haben wir hier noch, was wir annehmen können, ein Beta-Key, wofür? Brr, 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 wir gehen hier einmal, komm, wir machen noch einen Arena-Kampf und der hat so viel Leben, okay, äh, wir, wir versuchen es einfach, da haben wir aber ordentlich reingekrittet am Anfang, solange uns letztendlich weghaut, jawohl, Freunde, wir haben hier noch einen Arena-Kampf endlich, seid lange mal wieder gewonnen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, wir sehen uns die Tage, beziehungsweise nächste Woche Sonntag wieder, wie jeden Sonntag und, ähm, euch einen guten stark, äh, stark, stark, einen starken Start in die nächste Woche und, ähm, ja, macht's gut, Leute. Tschüss!